Hallo zusammen und willkommen zu unserem ersten Produkt-Test-Video von den vegetarischen Alternativen. Heute stellen wir euch ein ganz besonders cooles Produkt vor. Ich glaube, der ein oder andere kennt es vielleicht schon, weil momentan ist es auch überall in den Medien zu sehen und wird besonders gehypt. Und zwar ist es der Beyond Burger von Beyond Meat. Und das ist der Beyond Burger, von dem wir gerade geredet haben. Der ist von der Firma Beyond Meat und seit gestern gibt es ihn auch bei uns in Deutschland im Einzelhandel zu kaufen. Da haben wir ihn auch her. Ihr bekommt ihn aber auch im Großhandel und in ein paar ausgewählten Online-Shops. Ich denke aber, dass es sich in nächster Zeit noch ändern wird und dass ihr ihn in mehr Geschäften bekommt. Was ist das Besondere am Beyond Burger? Das Besondere daran ist, dass dieser Burger so aussehen soll wie Fleisch, schmecken soll wie Fleisch und genau auch so riechen soll wie Fleisch. Und das komplett ohne Soja und Gluten. Der Burger ist nämlich aus Erbsenprotein hergestellt und er soll sogar so eine Farbe haben und so ein bisschen bluten wie Fleisch. Und zwar kommt das durch den Saft von der Roten Beete zustande. Ja und ob das Ganze auch so stimmt, wie der Hersteller uns das verspricht, das gucken wir uns gleich mal an, denn wir bereiten den Burger jetzt auch zu. Ja, ich habe mir jetzt natürlich angeguckt, was der Hersteller so empfiehlt, wie man das Produkt zubereiten soll. Die Zubereitung geht super schnell. Man soll den Burger von jeder Seite jeweils drei Minuten bei mittlerer Hitze entweder auf dem Grill oder in der Pfanne anbraten. Man sollte ihn auf keinen Fall länger anbraten, denn sonst wird er zu durch und diese rote Farbe im Inneren des Burgers geht dadurch verloren. Also angebraten sieht er jetzt wirklich schon sehr, sehr gut aus. Jetzt ist die Frage, wie er innen drin aussieht. Also ich würde sagen, wir schneiden ihn jetzt einfach mal auf. Und so sieht der Burger jetzt aus, aber jetzt muss ich natürlich auch erst mal probieren, wie er denn so schmeckt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal von einem Burger gelesen habe, dachte ich, okay, warum wird so ein Hype draus gemacht? Wir haben doch schon vegane Burger-Patties bei uns im Handel. Wir brauchen sowas doch eigentlich gar nicht. Und ich dachte wirklich, dass er gar nicht so schmecken kann oder besser schmecken kann wie die Patties, die ich schon kenne. Aber dieser Geschmack, der ist wirklich nicht zu beschreiben. Also ich habe jetzt schon lange, lange kein Fleisch mehr gegessen. Aber er ist genauso wie in meiner Erinnerung, wie ein Burger sein muss. Also von außen ist er richtig knusprig, innen drin ist er wirklich butterweich. Und der Geschmack, der ist einfach nicht zu beschreiben. Also wie gesagt, ich bin total überrascht, weil ich gar nicht gedacht habe, dass er so gut schmeckt. Also der Geschmack ist nicht vergleichbar mit einem anderen Patty, das ich bisher gegessen habe. Und ich glaube, wenn man es nicht wüsste, es riecht wirklich wie Fleisch. Es riecht total rauchig. Und also für mich schmeckt es auch wirklich komplett nach Fleisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten jetzt eigentlich vor, dieses Patty zu braten, es kurz zu probieren, also aufzuschneiden, zu probieren. Und aus dem Patty dann noch einen Burger zu bauen. Wie ihr seht, funktioniert das nicht mehr, denn es ist noch nicht einmal die Hälfte vom Patty übrig. Wir haben das Ganze weggegessen. Aber zum Glück haben wir eine Zweierpackung aufgetaut. Das heißt, neuen Patty anbraten und Burger basteln. Und da ist unser fertiger Burger. Wie man sehen kann, wir haben ihn relativ schlicht gehalten. Nur ein bisschen Salat, Tomate und Gurke drauf gemacht. Wir haben nämlich gedacht, wir wollen jetzt den Geschmack vom Patty nicht übertünchen. Und auch gucken, wer es so auf dem kompletten Burger schmeckt. Noch kurz zum Preis. Interessiert euch bestimmt auch das einzelne Patty. Kostet je nachdem, wo ihr es kauft, zwischen 2,50 Euro und 3,50 Euro. Ist natürlich erstmal ein stolzer Preis. Wenn man es zum ersten Mal hört, dachte ich tatsächlich auch. Aber nachdem ich den Burger jetzt probiert habe, muss ich sagen, der Preis lohnt sich wirklich. Von dem her gönne ich mir jetzt diesen leckeren Burger. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr den Beyond Burger auch schon probiert habt. Und mit was ihr denn eurem Burger so am liebsten belegt. Und das war es dann auch schon von unserem allerersten Produkttest-Video. Ich hoffe sehr, euch hat es gefallen. Und ihr guckt beim nächsten Mal wieder rein. Ciao.